Wo bist du jetzt? Auf dem Weg zurück nach Europa. Jemand muss den alten Mistkerl im Auge behalten. Es war schön, zusammenzuarbeiten. Dich hier zu haben. Beim... Beim Ende. Das stimmt. Und du kannst mich jederzeit anfunken. Ich lasse dich nicht im Stich. Jetzt nicht und auch sonst nie. Danke. Wofür? Für dein Vertrauen. Selbst dann, wenn ich stur bin. Wenn ich nicht zuhöre. In meinem Herzen wusste ich, dass du mich nur beschützen wolltest. Ich habe so sehr geklammert, weil ich Angst hatte. Dich zu verlieren, zu enttäuschen. Den gleichen Albtraum erneut zu durchleben, weil ich... Weil du mich lieb hast. Das tue ich. Sehr. Und es... tut mir leid. Dass ich so oft gescheitert bin. Dass ich... Sag es nicht.